Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Merlin Place Valhelsia 2. Ja, weiter geht's wieder in unserer kleinen Burg. Und es hat sich ein bisschen was getan. Und ich habe in der Zwischenzeit auch einen Teil von einer Folge aufgenommen. Ich denke, wir schauen jetzt einfach mal währenddessen schon mal ein bisschen rum. Und, äh, ja. Leider hat sich herausgestellt, dass ich dann nicht ganz in der Lage war, die Folge aufzunehmen. Ich hatte gestern einen Zahnarzttermin. War das gestern? Ja, war gestern. Und war ein bisschen heftiger, als ich vermutet habe. Mir hat es komplett niedergelegt danach. Also, keine Ahnung. Das war irgendwie, irgendwie, ähm, hat mein Körper ein bisschen komisch darauf reagiert. Auf jeden Fall war ich danach dermaßen platt. Ich habe mich dann, ich bin den restlichen Tag nur gelegen. Also, ich habe dann versucht, die Folge aufzunehmen. Das war aber dann, ich war nicht wirklich da. Ich war nicht wirklich da. Keine Ahnung, was da passiert ist. Auf jeden Fall habe ich die Folge jetzt einfach gelöscht. Und wir machen jetzt hier weiter. Keine Ahnung. Also, es war, war, war ein, ein, ein schöner Zahnarztbiss. Eigentlich war es nicht so schlimm. Aber es war, ja, haben doch. Ich will jetzt nicht so viel erzählen, weil, äh, nicht jeder will das hören. Aber, ähm, habe mich doch überrascht, wie mir das, wie mir das flachgelegt hat. Egal. Egal. Wir machen heute weiter. Ja, und, ihr seht, es ist selber, die Baracke steht. Die Baracke steht. Ich weiß gar nicht, warum ist hier Gravel? Sollte da nicht. Nein, sollte nicht. Keine Ahnung. Ähm, was heißt, die Baracke steht? Was erzähle ich denn für den Mist? Die Baracke ist jetzt auf Stufe 3. Ihr seht es selber. Jetzt haben wir wirklich einmal ein, ein vernünftiges Zugangstor, ähm, macht schon ein bisschen mehr her als, als vorher. Leider ist es natürlich links und rechts immer noch, ja, da, da ist noch ein bisschen Loch daneben. Und hier das Gleiche, da, da ist auch nicht so viel. Aber, wie gesagt, die Baracke steht. Jetzt müssen wir uns natürlich noch drum kümmern, habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Ähm, wir können auch mal reinschauen, merke ich gerade. Ja, doch, ist ganz nice. Genau, und um das müssen wir uns natürlich noch kümmern. Ähm, ich würde sagen, wir schauen jetzt vorher noch mal kurz nach vorne. Uh, mit dicke Glasscheiben. Ich kann da nicht nach vorne schauen. Ich weiß nicht. Ich kann da nicht rumfliegen. Egal. Ähm, okay. Jetzt haben wir überall so Skischarten, wo man quasi die Eindringlinge niederholzen kann. Das ist schon mal sehr schön. Genau, und hier vorne auch. Auch noch mal mit so, ähm, Schussmöglichkeit nach unten. Also, ähm, durch das Eingangstor viel Spaß. Viel Spaß, liebe Barbaren. Versucht es gerne. Aber da werdet ihr niedergeballert. Zumindest von mir, weil die Gats, die sind ja immer noch relativ nutzlos. Ah, mit dicke, dicke Wachtürme. Nice. Gefällt mir. Genau, und die Treppe. Die Treppe geht jetzt bis ganz nach oben. Nice. Sehr schön. Genau. Hier haben wir leider immer noch ein bisschen... Ja, da ist... Da ist noch nicht viel. Bin am überlegen, ob da Gras rauf soll. Hm. Bin ich mir jetzt nicht ganz... Ich weiß nicht, was dann später da noch hinkommt. Wenn das einmal geupgradet wurde. Aber eventuell wäre es ganz schön, wenn wir hier nochmal Gras hätten. Aber ist ja kein Problem. Ich habe ja mittlerweile Silk Touch. Von dem her... Warum ist da ein Loch? Warum ist da einfach ein Loch? Keine Ahnung. Egal. Ich würde sagen, wir upgraden das Ganze auf jeden Fall nochmal. Da ist was zum Essen drin. Build Options. Upgrade. Genau, dann haben wir nämlich hier drei Betten. Und das gleiche machen wir natürlich hier drüben auch. Sehr schön. Und hier werden wir natürlich auch upgraden. Das Schöne ist ja, dass unsere... Dass das nicht... Also die wohnen ja dann da drin. So muss ich sagen. Die wohnen dann ja in diesen Betten. Die ziehen dann in den Häusern aus. Denn da habe ich leider ein kleines Problemchen festgestellt. Und zwar, wir haben keine Bewohner mehr. Also wir haben keine freien Bewohner mehr. Ich habe nämlich in der nicht erschienenen Folge eine Sache noch gebaut. Werde ich euch gleich zeigen natürlich. Und da haben wir keinen Mitarbeiter. Beziehungsweise der Farmer ist gestorben. Der Peter ist gestorben. Ich hatte das... Ich habe es natürlich wie immer in der Früh die Bewohner recalled. Und der war anscheinend ein kleines bisschen verletzt. Und ich habe immer das Problem, die spawnen ja dann immer alle auf dem einen Block. Und der ist dann gestorben durch Entity Cramming. Und das könnte noch zu einem größeren Problem werden, wenn wir dann wirklich später noch mehr Bewohner haben. Und um das müssen wir uns jetzt kümmern. Denn leider sind ja da vier Bewohner drinnen. Also das funktioniert übrigens. Ich habe einmal geschaut. Die Isabella, die war ja nicht die schlauste mit Intelligenz 2. Die hat dann irgendwann einmal Intelligenz 3 gehabt. Aber die hatte noch... Wie gesagt, wir haben ja kein Farmer mehr gehabt. Dann habe ich das auf manuell umgestellt. Habe alle hier entlassen. Habe dann hinten geschaut, wer für den Farmerjob am besten geeignet ist. Und die Isabella war mit Abstand einfach die Beste für den Farmerjob. Deswegen habe ich jetzt die da hinten eingeteilt. Auch wenn sie noch nicht... Ja, sie hat Intelligenz 3. Aber egal. Den Job da hinten war es wirklich gut geeignet. Und jetzt fehlt natürlich da vorne noch einer. Also da sind momentan nur zwei oder drei drinnen. Ich vermute damit drei. Ich weiß gar nicht, wo jetzt der dritte war. Aber ich habe hier hinten noch einen Job angelegt. Ein Job angelegt. Ein Gebäude gebaut. Isabella, wie läuft es denn mit deinem Job? Keine Requests. Sehr schön. Freut mich. Ich habe hier den Hühnchenstall einmal gebaut. Und zwar auf Stufe 1 erst einmal. Stufe 1 war natürlich sehr schlau. Da war nämlich diese Oak Stairs, die waren hier eroben. Sprich, das Hühnchen ist einfach da rauf marschiert und dann da raus marschiert. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann muss ich so schnell wie möglich auf Stufe 2 upgraden. Dann war hier ein Teppich drauf. Dann ist das Hühnchen da rauf geküpft und da raus marschiert. Dann habe ich mir gedacht, naja, okay, ist auch nicht das Beste. Ich sollte vielleicht auf Stufe 3 upgraden. Oh nein. Äh, nö. Doch, nein. Egal. Auf jeden Fall ist sie jetzt auf Stufe 2. Und ich vermute, also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe es versucht. Ich weiß nicht, wo die rauskommen. Aber eins ist auf jeden Fall schon wieder hier draußen rumgelaufen. Ich habe die Befürchtung, die springen hier drauf. Obwohl, das ist mehr als ein ganzer Block. Dann hier drauf, dann hier drauf. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wo die immer rauskommen. Auf jeden Fall, die kommen raus. Und das ist doof. Ich will nicht, dass die da rauskommen. Und wo kommt jetzt der Arbeiter her? Ah, okay, ich habe die drei Studenten hinten gefeuert. Habe dann den Farmer eingestellt und habe dann wieder auf automatisch, weil ich gedacht habe, okay, der geht dann automatisch wieder zu studieren. Nein, die Liliana hat sich gedacht, okay, ich möchte gern Hühnchen betreuen und hat das natürlich gemacht. Ist okay soweit. Ist okay, darf sie. Die Liliana ist jetzt unsere Hühnchen-Farmerin. Und jetzt fehlt uns noch ein Gebäude. Lassen wir nicht lügen. Haben wir sonst schon alles? Ich glaube, sonst haben wir wirklich schon alles hier. Genau, da kommt das hin. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Also bis jetzt ist hier noch ungeplant. Dieses Gebäude werden wir uns heute noch kümmern. Wir haben den Schweinchenbauer, wir haben die Plantage, wir haben den Farmer, wir haben den Cowboy dann Composter Schaffarm Florist Bienchenfarm Lumberjack und Fischer. Genau, Fischer ist jetzt mittlerweile auch auf Stufe 3. Musste ich upgraden, ganz einfach deswegen Was ist denn das für ein Baum? Der ist ja mal richtig groß gewachsen. Egal, den musst du auf jeden Fall upgraden, um die Forschung weiterzumachen. Denn, was war das nächste? Der Sifter. Genau, den Sifter. Der war gerade Forschungsplatz frei, deswegen habe ich das schnell geupgradet auf Stufe 3 und jetzt können wir eben den Sifter erforschen. Läuft gerade. Genau, hier kommt was anderes, hier kommt auch was anderes. Ja, dann fehlt uns eigentlich wirklich nur noch die eine, gedacht, die Bienchen drehen schon wieder durch. Dann fehlt uns wirklich tatsächlich nur noch ein Farmgebäude und das kommt hierher. Das kann ich aber leider nicht bauen. Und aus diesem Grund haben wir was gebaut und ich bin jetzt eh ganz froh, dass das nicht in der Folge mit dran kam. Es war nicht so spannend. Ich zeige es euch einfach mal kurz. Und es sollte ja mein Kolonies Folge werden. Deswegen, ich habe hier einfach mal den Fluid Extractor und die Latex Processing Unit aufgebaut, um das Mob Imprisonment Tool zu bauen. Denn, ja, was hätte ich gerne? Ich hätte gerne das letzte Gebäude, die sogenannte Rabbit Hudge. Das ist quasi für Häschen, Häschenzucht. Für, natürlich als Haustiere für die Kleinen, ist ganz klar. Wer denkt was anderes? Und da brauchen wir aber dieses Item. Ich weiß jetzt nicht, was das für Item ist. Keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall haben wir dieses Item nicht. Und wir haben natürlich auch keine Häschen, weil die, das haben wir ja schon gesehen bei den Hühnchen und bei den Schweinchen und bei den Kühen, die besorgen sich die Tiere nicht selber, sondern die muss man einmal da reinführen und dann können die damit arbeiten. Genauso wie bei der Bienchen. Und ich muss jetzt quasi also Häschen besorgen. Und dafür bin ich nochmal in den Nether marschiert. Ich habe nämlich keine Lust. Häschen mit der Leine. Das wäre Häschen mit der Leine. 4.000 Blöcke weit transportieren. Yay. Das macht richtig Spaß. Ich glaube, da würde ich eher das Projekt beenden. Nein, es gibt das Mob Imprisonment Tool und dafür habe ich nochmal ein Gast hier gefarmt. Natürlich hatte ich dieses Mal kein Glück. Also ich habe über eine Stunde gefarmt. Erst der fünfte Gast oder was hat dann das getroppt und wir brauchten das Plastik dafür. Ich würde leider gerne mit der Mod ein bisschen mehr machen, weil da könnte man eben Mob-Farm bauen und so. Aber es gibt leider in dieser Version weder den Spawner, also diesen Mob-Dubblicator, noch den Mob-Crusher, Mob-Grinder. Von dem her fällt das leider aus. Ist ein bisschen schade, aber okay. Hilft nichts. Dann hätte man auch XP-Farm machen können. Und ja, vielleicht fällt mir da noch was ein. Also ich habe eine Option, aber es ist ein bisschen doof. Egal. Ich brauche auf jeden Fall das Mob Imprisonment Tool für Plastik. Nein. Ich brauche Plastik für das Mob Imprisonment Tool. So rum ist es richtig. Denn wir, genau die vier Stück. Sehr schön. Denn wir brauchen natürlich hier, wo wollte die rein? Da wollte die rein. Wir brauchen natürlich hier Häschen. Und ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also ich habe wirklich, es gefällt mir. Die City, die wird immer kompletter. Also wir haben hier schon komplette Steinmauer außenrum. Die Library, okay, da müssen wir uns noch um Leder kümmern. Hier fehlt noch ein kleines bisschen was. Aber dann haben wir hier schon mal ein gutes Eck. Das Krankenhaus. Ich glaube, das Krankenhaus wird das nächste große Projekt. Das ist ganz, ganz dringend. Ganz, ganz dringend müssen wir uns da drum kümmern. Weil das halt überhaupt nicht mehr passt. Da muss man den Bienchen farmen und den, was ist denn das? Die Schaffarm, die Plantage und ja, die ganzen Tierfarmen. Ich glaube, das ist jetzt der nächste große Schritt, dass wir die ganzen Tierfarmen nochmal ein bisschen nach vorne bringt. Aber vorher natürlich, ja, ohne, ohne, ui. Ui, da ist ja einiges drin. Sehr schön. Schmeißen wir doch da bitte rein. Genau, ich brauche eigentlich nur die vier Plastik, um eben dieses Teil zu craften. Genau. Und jetzt wollte ich schon fast sagen, während die die Baracken und so weiter aufbauen, gehe ich dann nochmal und suche das Häschen. Problem ist nur, dann sind die Mops nicht, also sind diese Citizens nicht geladen und so weiter. Dann funktioniert auch nichts in der City. Ich habe es immer noch nicht probiert mit dem Junkloader, aber ich habe auch gelesen, dass die eben sich so verhalten wie, ja, typische Minecraft-Mops. Das heißt ja quasi, wenn man 32 Blöcke weit weg ist, egal ob Junks geladen oder nicht, dann einfach die AI aussetzt, die die spawnen nicht wie andere Mops, aber keine Ahnung. Ich traue mich natürlich auch nicht, wenn die Junks geladen sind, ich gehe weg und dann kommen so blöde Barbarien, Barbarien, Barbaren vorbei. Das wäre natürlich auch blöd, wenn dann alle Bewohner sterben. Hm. Jetzt bekommen wir eh nochmal ein paar mehr Barackisten, Knights, Gods, die Typen halt einfach. Okay, dann machen wir jetzt einen kurzen Cut. Ich fütter nochmal ganz kurz die Baracken, die Bauarbeiter quasi mit den nötigen Items und dann gehe ich auf Häschen suche und das wird interessant. Ja, war tatsächlich gar nicht so weit weg. Nur, wo haben wir es denn, wo ist es denn? Nur dreieinhalbtausend Blöcke habe ich ein Häschen gefunden plus nochmal 1500 Blöcke fürs Rumsuchen. Also, nicht so tragisch. Und ich muss nur zweites Mal hin, weil ich habe ja bloß ein Imprisonment Tool. Ui, das tut eh. Aber, dafür habe ich unterwegs was gefunden. Dieses komische Item habe ich ja gefunden. Damit können wir uns jetzt die Rabbit Hudge herstellen, Jungle Planks. Ja, soll mir egal sein. Dann nehmen wir halt Jungle Planks. Wir brauchen das Building Tool und, was habe ich noch gemacht? Genau, die Barackentower. Die Barackentower sind jetzt alle Stufe 3. Also, wir haben jetzt dreimal Stufe 3. Ich glaube, das nächste können wir noch nicht bauen, weil da müssen wir erst die Baracke auf Stufe 4 hochbauen. Genau, also hier nochmal ein Bett dazugekommen und hier auch und hier nochmal drei Betten dazugekommen. Problem ist natürlich momentan, im Rack ist gar nichts drin, kein Worker Assigned. Denn, ja, wie gesagt, also wenn wir welche hätten, die würden dann da arbeiten und dann würde man wieder Babys bekommen. Problem ist aber, wir haben momentan keinen einzigen Arbeiter frei. Und ich merke gerade, da werden wir auch nochmal ein Problem bekommen mit unserem Häschenstall. Wer arbeitet dann im Häschenstall? Ja, erstmal bringt sowieso nichts, weil wir ja bloß ein Häschen haben. Gabriel grew up and wants a job now. Da bin ich jetzt gespannt. Jetzt müsste man theoretisch, wenn der jetzt zur Baracke geht, also wenn der dort oben das Arbeiten anfängt, dann müsste man theoretisch wieder Bett frei haben und dann müsste eigentlich gleich wieder die Meldung kommen, die Kollegen waren fleißig, wir haben ein neues Bibi. Gabriel, unemployed. Athletics 11, Athletics 11, Agility, Stamina, Stärke 9, das wäre halt wirklich ein guter Kämpfer, vermute ich mal. Also ich denke, ich denke, dass das wirklich ein guter Kämpfer wäre. Die Frage ist, können wir das, dann machen wir das jetzt manuell. Worker Manual. Ich vermute es. Aber das werden wir gleich sehen, denn das müsste jetzt da drin stehen. Gabriel. War das der? Okay. Also der war, ja anscheinend war das unten noch nicht geupdatet. Das Problem ist, ist jetzt das selber Agility 3, Adaptability, aber Agility ist eher schlecht. Äh, dann lassen wir das jetzt einmal so. Eventuell können wir den vielleicht sogar für einen, für einen Häschenstall benutzen, gebrauchen, dass der da, äh, das machen kann. Das wäre natürlich nice, wenn das passen würde. Ich würde sagen, wir bauen den jetzt einfach mal kurz auf. Das sollte eigentlich relativ flott gehen, denn, ja, so eine Stufe 1 Häschenstall, was kann der schon großartig brauchen. Werden wir gleich sehen. Rabbit Touch, Fortress, Level 1. Wir drehen das Ganze einmal um, schieben das nach hinten. Perfekt. Ah, okay, der ist sogar höher. Das finde ich nice. Ich habe bloß die Befürchtung, dass die dann trotzdem da reinlaufen. Das ist immer, äh, ich weiß nicht, ob ich die Häschen da direkt da reinschicken soll. Build Options, Bilder, macht bitte der Arthur. Das ist momentan mein Lieblingsbilder, weil die einfach am nächsten, am nächsten an meinem Gebäude dran ist. Da muss jemand nicht so weit laufen. Da müssten wir uns vielleicht auch einmal drum kümmern, dass, die Leinen sind vielleicht nicht ganz richtig da, wo sie sind. Nur, nur, nur so eine Idee, würde ich jetzt sagen. Egal. Naja, egal, ignorieren wir jetzt einfach. Nein, es wird schon wieder Nacht. Was braucht der Arthur? Ähm, Kursdirt. Jede Menge Kursdirt. Und sonst nix. Und Torches. Sollten wir auch im Inventar haben. Genau, dann laufen wir kurz hinter. Zack, zack. Keine Ahnung. Okay, sehr schön. Jawohl, und dann müssen wir jetzt einfach nur abwarten. Ja, aber der baut jetzt natürlich wieder nichts mehr auf, weil er auf Wallersacker ist und schlafen geht. Hm. Okay, dann warten wir jetzt einfach nochmal kurz über Nacht, bis der das aufgebaut hat und dann, ach, ich weiß nicht, soll ich das erste Häschen da, ich muss das erste Häschen da reinschmeißen. Es bleibt mir gar nichts anderes übrig. Jawohl, und da ist die Hütte auch fertig und ich war gleich nochmal unterwegs und hab natürlich nochmal gleich das zweite Häschen besorgt. Dann können die hier gleich einmal Spaß haben und ich merke gerade, ich sollte mir vielleicht gleich einmal, ähm, Vorsichtshalber, ich trau, ich trau dem Ganzen nicht. Ich trau dem Ganzen nicht, das, weil Häschen halt so gern abhauen. Die sind halt immer so schnell weg. Ich würde sagen, ähm, wir lassen die gleich hier mal ein bisschen, ähm, sich vermehren und sperren uns gleich mal ein Reserve-Häschen hier ein. Zack, zack, und, sehr schön. Genau, dann machen wir uns hier ein Reserve-Häschen, dann schauen wir mal, wie sich die beiden verhalten, ob da noch mehr draus wird. Normalerweise, normalerweise müsste der die Pawn, du brauchst Karotten, äh, so weit habe ich jetzt nicht mehr gedacht. Normalerweise müsste er sparen und dann, äh, gleich einmal, ähm, eins wieder loswerden, denn er ist momentan auf Stufe 1. Ich würde sagen, wir gehen hier, den üblichen Weg und, 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 äh, machen gar nicht lang rum. Machen wir einfach gleich einmal Stufe 2 und fertig. Also werden wir es heute nicht mehr machen, aber, ähm, ich kann ja das Ganze schon mal anstarten und dann haben wir auch das letzte Gebäude hier. Wie gesagt, ein paar Sachen fehlen noch, aber, die kommen dann mit der Zeit. Die Bienchen sind fleißig. Hier habe ich mittlerweile auch Bienchen drinnen, weil wir werden in Zukunft noch einiges an Honigblöcke brauchen, vermute ich mal und deswegen bin ich jetzt immer ein kleines bisschen am Farmen. Jetzt haben wir nur noch hier hinten die Ecke. Wenn wir die Ecke noch fertig hätten, dann wäre es schon langsam wirklich nice. Ich glaube, das fange jetzt auch noch an. Ich glaube, das fange jetzt einfach mal an und werden wir dann sehen, ah, da fehlt noch eins. Das stimmt nicht. Da kommt was anderes hin. Am Anfang habe ich eigentlich gedacht, ich mache den Teich ein kleines bisschen größer. Der wird auch nur ein kleines bisschen größer werden und ins Nachbargrundstück reinragen, vermute ich jetzt. Vermute ich jetzt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das genau mache. Aber werden wir dann noch sehen, wenn es soweit ist. Hier hätte ich allerdings gerne eine Decoration wieder. Und da bin ich jetzt gerade immer überlegen. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, wo das mit dabei ist. Das müsste keiner gar sein. Ah ja, noch was. Das muss ich euch gleich zeigen. Das zeige ich euch dann gleich. Da habe ich was entdeckt. Das habe ich anscheinend erforscht, habe es aber gar nicht gecheckt. Ich gehe jetzt mal ein kleines bisschen runter und da rüber. War das der? Ja, das müsste eigentlich der gewesen sein, genau hinten mit den zwei Teilen. Das können wir hier schon mal aufbauen. Und ist das ganz an der Ecke? Ja, schaut gut aus. Genau, dann können wir das schon mal hier hinbauen. Und hier kommt noch mal ein Delivery-Typ hin. Genau. Ja, macht jetzt momentan wenig Sinn, weil wir viel zu wenig Arbeiter haben, merke ich gerade. Hm. Dann warten wir jetzt noch mal mit dem Delivery-Typen, denn wie gesagt, momentan fehlen uns einfach die Arbeiter. Wir haben keine Arbeiter dafür. Die Frage ist, sollen wir jetzt da draußen upgraden oder sollen wir hier drinnen erst einmal upgraden? Es wäre natürlich schon nice, wenn wir hier eine hübsche Fassade hätten. Ich denke, wir fangen jetzt einfach da drinnen einmal an. die Häuser abzugraden. Die Frage ist, was brauchen wir denn da alles dafür? Ähm, okay, Clay ist mittlerweile kein Thema mehr. Purple Bed ist ein bisschen doof. Ja, okay, das sind halt wieder tausend Items. Aber ist jetzt nichts dabei, was irgendwie speziell wäre. Ich denke, wir upgraden einfach mal dieses Häuschen und da drüben steht auch noch mal so Häuschen. Ja, wir brauchen wir brauchen halt unbedingt wieder Bewohner. Ohne Bewohner macht das Ganze natürlich keinen Sinn und da werde ich auch das Ganze wieder auf manuell stellen, denn momentan haben wir die Tiana und der Mabel oder die Mabel, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, die wohnen hier drinnen. Das sind unsere Forscher. Ich hätte nämlich wirklich gerne, dass die Forscher ganz nahe an der Universität leben. Genau, die Elizabeth, die ist zum Beispiel Mabel, okay, und Tiana. Genau, und die Elizabeth, die wohnt momentan irgendwo anders. Die würde ich nämlich gerne auch hier drinnen einquartieren, stelle ich drinnen einfach auf manuell und dann habe ich da momentan auf alles automatisch. Ich glaube, da habe ich irgendwas verstellt. Genau, stellen wir momentan wieder auf automatisch, dann sollte man nämlich wieder zwei Babys bekommen und die zwei Babys, die werden sofort wieder in der Library verschwinden, weil da habe ich zwei rausgenommen. Eine Sache noch, ich habe das einmal auf Stufe 3 geupgradet, war ja der Tipp, dass eben die, ich weiß nicht mehr, ich habe das in der Folge erzählt, die ich gelöscht habe, ich glaube schon. Also das ist jetzt auf Stufe 3 und weil die Babys eben den Boden festbacken und jetzt habe ich nochmal einen Kommentar bekommen, dass auch auf Stufe 3 die Babys teilweise in den Teppichen festbacken, da muss man quasi die Teppiche rausreißen, damit die dann schlafen gehen können. Ich werde das Ganze mal ein bisschen beobachten und wenn ich jetzt einen Mitarbeiter suche, dann weiß ich, okay, einen von den Leuten suche, der eben noch nicht schlafen ist, dann weiß ich ganz genau, jawohl, ich muss in der Schule nachschauen, eventuell reiße ich ihn dann wieder raus. Also vielen Dank nochmal für den Tipp, werde ich definitiv beobachten. Jawohl, dann haben wir hier schon mal ein Stufe 3, genau, das ist Stufe 2 müsste das sein, genau, weil zwei Betten drin sind, dann haben wir hier Stufe 3 Häuschen, die Bilder müssten Stufe 4 sein, dann ist die Front eigentlich schon relativ gut ausgebaut. Genau, das ist glaube ich auch schon Stufe 3 oder 4, wenn mich nicht alles täuscht. War das 3? Nein, das war 4, oder? Das ist schon Citizen Satz Stufe 4. Aber ich denke, wir müssen da hinten auch weiterarbeiten. Ich denke, weil zwei neue Bewohner, wir brauchen allein schon mal 1, 2, 3, 4, 5 neue Gards. Ich meine, die ziehen dann immer aus, aber das Ganze soll natürlich ein kleines bisschen flotter gehen. Die Frage ist, bauen wir jetzt erst die aus oder die? Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir machen das gemischt, weil ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass dann die Blöcke wegkommen. Ich weiß nicht, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass die Blöcke teilweise wegkommen und es wäre natürlich ganz nice, wenn die Blöcke dann hier verwendet werden könnten. Dementsprechend gehen wir jetzt einfach mal hier rein Upgrade. Nein, kann ich das jetzt nicht upgraden, weil kein, doch, ich kann einfach sagen Chosian. Genau, die macht das dann einfach. Die wird zwar momentan wahrscheinlich beschäftigt sein, aber die kann das dann im Nachhinein einfach machen. Dann würde ich sagen, können wir uns hier nochmal vier, genau, dann haben wir zwei auf dieser Seite und zwei auf der anderen Seite, dann haben wir hier vier neue Bewohner und auf der anderen, die, die, die anderen Häuschen waren auch nochmal zwei, dann haben wir hier sechs neue Bewohner. Ich mache jetzt da auch noch mit Chosian und den anderen. Ich weiß aber nicht mehr, wen ich da gemacht habe. Doof. Wen habe ich da jetzt gerade gemacht? Den Evan, oder? Egal, egal, genau. Also wie gesagt, dann haben wir hier eins, zwei Häuschen auf der Stufe drei, zwei, vier, sechs neue Bewohner. Genau, und die werden ja dann gleich mal auf die Baracken verteilt und ins Studium verteilt und dann haben wir wieder freie Arbeiter. Zu viele Arbeitslose ist natürlich auch nicht gut, weil, da gibt es ja sogar dieses, irgendwo glaube ich war das sogar. Wo war denn das? Unemployed. Genau, wenn da zu viele arbeitslos sind, dann ist das auch immer gleich negativ. Wir haben zu wenig Gats, das ist auch negativ, aber das wird sich dann gleich lösen. Hunger sollte eigentlich nur passen. Das Homelessness, das verstehe ich nicht. Warum hier immer Homelessness steht? Sind das, sind das die blöden Besucher? Das wäre natürlich absolut doof. Die Besucher, die keiner haben will. Genau, das machen wir auf Stufe 2. Jawohl, und dann haben wir eigentlich schon wieder mal einen großen Schritt geschafft. Natürlich, ja, ist ganz klar, ich werde es jetzt nicht mehr schaffen. Ich werde es nicht mehr schaffen, das Ganze alles aufzubauen, weil es dauert doch immer eine gewisse Zeit. Es wird ja schon wieder Nacht. Wir müssen nicht wieder warten, bis alle ins Bett marschiert sind. Hier muss ich nochmal die Bäume reparieren, das gefällt mir so wieder gar nicht. Apple Augsäpling. Egal, platzieren wir jetzt hier einfach. Ist jetzt egal, da ist noch einer. Genau, bauen wir hier. Nein, nicht hier. Nicht hier. Hier. Genau, dann bauen wir das einmal auf. Der wird momentan sehr viel Erdruck auch gebraucht, er auch. Aber was ich gesehen habe, der Lumberjack, der macht nämlich auch diese Stripped und das Stripped zu platzieren. Das ist immer nervig, weil man die platzieren muss. Also die Teile, die Stripped Auglocks, ist ja immer nervig, weil man die platzieren muss, dann rechts klicken muss mit der Axt und dann wieder wegbauen muss. Also das ist richtig doof. Und dementsprechend ist das natürlich ganz nice, wenn der Lumberjack das gleich macht, dann spare ich mir die Arbeit. Ja, aber damit würde ich sagen, wir haben jetzt alle Farmgebäude einmal gebaut. Müssen die natürlich mit der, ja, die müssen wir Stück für Stück noch upgraden. Das kommt dann alles mit der Zeit. Hinten der Gartower, dann wird unsere Mauer immer voller. Genau, dann fehlt hier noch der Delivery Guy, hier fehlt noch ein weiterer. Da muss ich mal fertig upgraden. Genau, dann muss ich einfach die Grasfläche nochmal hochziehen lassen. Ja, es entwickelt sich. Dann würde ich sagen, geht es demnächst dann einmal wieder mit der Technik weiter, denn hier fehlen uns noch einige technische Gebäude und so weiter und so fort. Das Krankenhaus, ja, das musst du ja auch dringend machen. Ich glaube das, mal schauen, vielleicht schaffe ich es noch zeitlich irgendwie das Krankenhaus bis zur nächsten Mindcolonies-Folge abzugraden, weil das wieder Ewigkeit saubert. Egal. Ich würde sagen, beenden wir die Folge hier für heute. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass du wieder mit dabei warst. Wie immer zum Schluss meinen Wunsch, bitte gerne abonnieren, bewerten, kommentieren und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.